In der Kölner Innenstadt im DuMont-Carré-Einkaufszentrum auf dem ersten Obergeschoss heißen wir Sie herzlich willkommen im Buffet Chang. Nehmen Sie sich ein Tablett und Besteck. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Getränken zur Verfügung. Sie zahlen zuerst und dann können Sie Ihr eigenes Mehrgänge-Menü zusammenstellen. Fangen Sie doch mit einer Suppe an. Gönnen Sie sich dann einen Salat dazu, den Sie sich an unserer Salatbar selbst zusammenstellen können und gehen Sie dann zum Hauptgang über. Sie werden die Frische schmecken. Mit unserer offenen Küche können Sie unseren Köchen bei den Zubereitungen der Gerichte zuschauen. Wir verwenden kein Glutamat, sondern nur frische Zutaten. Jetzt können Sie an Ihrem frei gewählten Tisch in Ruhe Ihre köstlich frisch zubereitete asiatische Mahlzeit zu sich nehmen. Wir freuen uns, Sie bald persönlich bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen schon mal im Voraus einen guten Appetit. Ihr Buffet Chang Das ist nun ein Beste der Gerichte aus derES